So, die technische Konfiguration von OBS, die machen wir über die Einstellung. Mit Einstellungen konfigurieren wir jeweils ein Profil. Im Moment haben wir ein Profil in MAMS Unbekannte Öffnen und hier sind die Einstellungen zu diesem Profil. Man sieht schon, das ist relativ umfangreich, gibt aber auch ein hohes Maß an Flexibilität, wie ich OBS an meine eigenen persönlichen Bedürfnisse anpassen kann und meine Wünsche anpassen kann. Da ist es sehr flexibel, für den Anfänger natürlich schwierig, weil er gar nicht weiß, was er da anklicken muss. Die gute Nachricht ist, man muss als Anfänger und als Einsteiger und als normalen Löser auch gar nicht so viel dort anklicken und customisen, weil die meisten Voreinstellungen eigentlich auch schon gut funktionieren. Trotzdem mal ein Überblick darüber, wo man was findet. Hier unter Allgemein, wie gesagt, alles was hier drunter ist, kann man im Prinzip vergessen. Wichtig ist eigentlich nur, dass die Oberfläche, die Benutzerführungssprache hier richtig ausgewählt ist, Deutsch oder ihr könnt halt auch Englisch oder was anderes einstellen. Und als zweites, die Entscheidung, möchte ich hier in der Oberfläche einen Dark Mode verwenden, so wie ich ihn jetzt habe, oder eben einen anderen, da gibt es verschiedene andere Motive, die ich nutzen will. So, das ist eigentlich alles, was man hier sinnvollerweise einstellen kann für den Zweck, den wir hier vorhaben. Der zweite Menüpunkt ist das Streamen. Hier definiere ich meinen Endpunkt oder die Daten von meinem Streaming Provider, wie ich ihm die Daten oder meinen Videostreams schicken kann. Das geht in der Regel über einen Stream-Schlüssel. Ihr seht, hier sind schon verschiedene Plattformen eingestellt mit den grundsätzlichen Parametern. Und wenn ich hier über YouTube beispielsweise gebe, dann ist hier schon der richtige Server eingestellt. Und ich muss mir von YouTube eigentlich nur den Stream-Schlüssel holen, damit die Verbindung zu meinem YouTube-Account hergestellt wird und OBS eben weiß, wo er die Daten hinschicken soll. Wie das konfiguriert wird, machen wir einfach später. Also hier ist etwas zum Konfigurieren. Hier würde ich jetzt auch sagen, wenn ihr mehrere Destinationen habt, die ihr unterschiedlicherweise ansprechen wollt, also mal nach Twitch streamen, mal nach YouTube streamen. Man kann ja immer nur nach einem Endpunkt streamen. Dann würde ich mir für jeden Streaming Provider ein Profil machen. Also ein Profil YouTube, wo ich hier den Stream auf YouTube gesetzt habe. Und ein zweites Profil, zum Beispiel Facebook Live, wo hier die Daten für Facebook Live hinterlegt sind. Und dann habe ich die immer schon sofort bereit, wenn ich auf eine dieser beiden Destinationen streamen möchte. So, dann gehen wir auf Ausgabe. Hier wird definiert, wie OBS, in welcher Qualität und in welchem Format er die Information oder das Bild oder den Ton oder das Video bereitstellt. Beim Streaming gibt es hier Einstellungen wie Video-Bitrate, der Art des Encoders, der das Ganze vornimmt, die Audio-Bitrate. Das kann hier konfiguriert werden und gleichzeitig kann ich hier aber auch definieren, wenn ich etwas aufnehme auf meinem lokalen Rechner, wo speichere ich das hin. Auch in welcher Qualität will ich es aufnehmen, in welchem Format will ich es aufnehmen. Und das kann ich hier entsprechend einstellen. Kommen wir auch später noch dazu, wie dann die einzelnen Parameter zu customisieren. Hier in diesem Bereich customisiert man oder passt man ein bisschen mehr an. Dann kommt hier Audio. Hier gibt es generell, das Audiosystem ist hier ein bisschen, hat so eine eigene Art der Handhabung, muss man sich ein bisschen daran gewöhnen. Ist aber eigentlich auch nicht so schlimm. Hier stelle ich zum Beispiel an, ob ich bestimmte generelle Audio-Geräte schon mit einem, also Kanäle schon mit einem Gerät vorbelegen will. Wenn ich zum Beispiel immer über mein Headset hier mein Mikrofon anschließen will, kann ich hier beispielsweise hinterlegen, mein Mikrofon, das findest du auf dem digitalen Kanal hier LINE MGXU. Und dann wird in jede Szene, in die ich etwas einbringe, automatisch schon das Mikrofon als Audioquelle hinterlegt sein oder eingebunden sein. Wenn ich das hier auf deaktiviert lasse, dann muss ich in jeder Szene zusätzlich eine Audioquelle mit diesem Headset hinzufügen. Es gibt unterschiedliche Szenarien, kommen wir auch später dazu. Und kurze Information hier oben unter Allgemein. Hier kann ich noch die Sample Rate für das Audio auswählen. Da ist 48 oder 44,1, das sind die beiden unterschiedlichen Werte. Man sollte halt nur darauf achten, dass, wenn man bestimmtes externes Material noch einbindet, dass das irgendwie alles dieselbe Sample Rate hat. Also wenn ihr Videos in euren Stream einbettet und in eure Präsentation einbietet, sollten die ihm vermutlich auch die gleiche Rate haben. Sonst kann es bei längeren Plays oder bei längeren Abspielen zu Synchronisationsproblemen zwischen Ton und Bild kommen. Aber ich glaube, für das, was wir machen wollen mit den Webinaren, ist das auch unkritisch, dass man das einfach auf 48 kHz stehen lässt. Bei Video gibt es ebenfalls Einstellungen. Wir haben ja hier definiert, dass die Basiseinstellung für das ganze System die Basisleinwand ist, auf der sich quasi alles abspielt. Das sind hier die von meiner Grafikkarte beim Monitor vorgegebenen 16 zu 9. Da kann man sich aber auch bei Bedarf andere Leinwandauflösungen einstellen. Das lassen wir aber hier mal standardmäßig so stehen. Und ich kann diese Leinwandauflösung aber runterskalieren lassen, wenn zum Beispiel mein Streaming Provider eben plus 720p benötigt und ich nur in einer niedrigen Qualität streamen will. Dann kann ich das automatisch auf diese skalierte Auflösung hier runterskalieren lassen. Das kann ich dann noch sagen, mit was für einem Filter ich das machen will und mit welchen Frames per Second Werten. Auch das machen wir nochmal separat. Hier ist manchmal etwas einzustellen, aber auch das ist für das, was wir machen wollen, relativ einfach zu lösen. Der nächste Punkt, das sind die Hotkeys. Das ist dann auch ein bisschen Fleißaufgabe. Man kann nämlich eine ganze Reihe von Funktionen in OBS auf Tastaturkürzel legen. Und was wo gemacht wird, das kann ich tatsächlich hier für alles komplett selber definieren. Das sieht hier schon relativ umfangreich aus. Je nachdem, wie viele Szenen ich hier zufüge und was ich in die Szenen eingefügt habe, kann sich das aber noch massiv erhöhen, weil für jede Szene auch wieder zusätzliche Tastaturkürzel und Hotkeys hinzukommen. Genau, und das kann man hier, kann man sich ja nachher einiges definieren. Das werden wir auch nochmal verwenden für so den einen oder anderen Automatisierungs- und Vereinfachungsvorgang. Und last but not least, bei Erweitert, dort sind nochmal ein paar allgemeine Einstellungen. Hier oben unter Allgemein, unter der Prozesspriorität, dort kann man so ein bisschen einstellen, wie der OBS-Prozess im Vergleich zum gesamten anderen Prozessen auf dem Rechner funktionieren soll. Ob er Priorität haben soll, das hängt ein bisschen davon ab, wie gut euer Rechner ausgestattet ist. Je schwächer die CPU oder die Grafikkarte ist, das ganze Video aufarbeiten und senden erfordert ziemlich viel Rechenleistung. Und insofern kann man das hier so ein bisschen triggern, dass man vielleicht die Prozesspriorität hier ein bisschen höher setzt, damit man einen fließenden Videostream bekommt und nicht nachher irgendwelche Aussetzer drin hat. Spielt aber hauptsächlich dann eine Rolle, wenn man in hohen Auflösungen, mit hohen Frameraten arbeitet und vermutlich auch einen etwas schwächeren Rechner hat. Das Ganze, was hier sonst so steht, da braucht man, glaube ich, nicht weiter einzustellen. Ja, und das war mal ein Überblick über das Einstellungsmenü. Wenn man das gemacht hat, speichert man das entsprechend ab, nimmt es. Und wie gesagt, die Einstellungen, die wir jetzt gemacht haben für eins, werden hier unter den Profilen gespeichert. Wenn ich jetzt ein zweites Profil erstellen würde, dann würde ich hier über Neu gehen und ein zusätzliches Profil erstellen, beispielsweise für einen Twitch-Stream oder beispielsweise nur für eine lokale Aufnahme. und dann würde ich hier über Neu gehen und dann würde ich hier über Neu gehen.